Hallo und herzlich willkommen zu dieser Episode. Schön, dass du eingeschaltet hast. Heute geht es um etwas ganz Besonderes und zwar, warum es sich für dich als Kunde lohnt, mit uns zusammenzuarbeiten. Mein Team und ich haben dir hier ein paar Ausschnitte zusammengeschnitten und präsentiert, was es für dich bringen kann. Hör mal rein, ist super interessant auf jeden Fall. Viel Spaß dabei. Bis gleich. Hi, ich bin Ben, ich bin unser Social Media Experte. Hi, ich bin Steffi und ich bin bei uns für die Gestaltung von Drucksachen verantwortlich. Hi, ich bin Konstantin, ich bin bei Sascha Glow verantwortlich für das Online-Marketing. Ich bin Sascha und ich inspiriere Produkthersteller dabei, mehr Umsatz zu machen, mehr Produkte zu verkaufen und auch privat ein besseres Leben zu führen. Wie mache ich das mit Strategien, mit Positionierung, mit Marketing und Vorgehensweisen, die ja mittlerweile super etabliert sind, nachdem wir über 30, mehrere Dutzend Produkthersteller schon unterstützt haben in den letzten Monaten. Ist da auf jeden Fall auch was für dich als Produkthersteller dabei, wovon du profitieren kannst. Und deswegen ist es für dich auf jeden Fall lohnenswert, dass du bei uns Kunde wirst. Hi, ich bin Lea. Ich bin zuständig für Videomaterial und für Website-Texte. Hi, ich bin Jakob. Ich bin hier. Meine Aufgabe ist einmal das Thema Kundenakquise und auch Vertrieb. Wenn du bei uns Kunde wirst, dann handeln wir genau so, dass du deinen Umsatz vervielfachen kannst. Wir sind keine klassische Agentur, die dir irgendwelche Sachen vorschreibt, die du jetzt machen musst, machen sollst. Jetzt hier noch ein Flyer und da noch eine Karte. Wir machen genau das, was zu dir passt, was zu deinem Unternehmen passt und wie du deinen Umsatz vervielfachen kannst. Wir handeln dabei sehr lösungsorientiert. Wir wollen geile Ergebnisse für dich erreichen und nicht Unmengen an Geld mit dir machen, sondern dir helfen, deinem Familienunternehmen, dich als Produkthersteller zu unterstützen und groß zu machen und dir eine geile Marke aufzubauen. Du solltest bei uns Kunde werden, weil wir immer im Sinne des Kunden handeln. Also bei uns stehen die Ergebnisse im Vordergrund, dass es authentisch ist und du dich damit identifizieren kannst. Warum lohnt es sich, mit uns zusammenzuarbeiten? Also in erster Linie lohnt es sich, mit uns zusammenzuarbeiten, weil du eine Unterstützung bekommst, weil du ein Team an die Hand bekommst, die allesamt in deinem Sinne agieren und sich für dich als Unternehmer interessieren und dementsprechend auch bei dir mit anpacken oder dich dabei begleiten, deine Erfolge, deine Ziele zu erreichen und da auch eine gewisse Sicherheit rein zu bekommen. Also das heißt, du hast die Möglichkeit, ja planbar in deine Zukunft zu gehen und sicherer handeln zu können, weil du einfach Leute an der Seite hast, die im Prinzip sich so gut in der Branche auskennen, was natürlich unschlagbar ist in jedem Fall. Und was auch darüber hinaus noch mitkommt, ist, dass du auch gewisse Verbesserungen in deinem Leben bekommst. Also du kannst zum Beispiel stolz sein auf das, was du erreicht hast. Du bekommst ja viel besseres Feedback zu deinen Produkten, zu deiner Unternehmung und ja, du hast die Möglichkeit da einfach, ja, einen Akzent im Leben oder etwas in die Welt zu bringen, was viel bedeutender ist und vielleicht das Ganze auch überdauert für deine nächste Generation. Du solltest bei uns Kunde werden, erstens, weil wir individuell auf dich eingehen, zweitens, weil du von uns nicht eine 0815-Lösung bekommst und drittens, weil du bei uns Ergebnisse bekommst. Du solltest Kunde bei uns sein, damit du wieder aus deinem Tagesgeschäft ein bisschen rauskommst, wieder mehr Unternehmer sein kannst, ein bisschen mehr Zeit für deine Familie hast und Zeit hast für Dinge, die dir Spaß machen, dass du wieder mit Leidenschaft zur Arbeit gehst. Kunde werden bei uns, solltest du auf jeden Fall, weil wir nicht Schema F anwenden, sondern erst mal schauen, was hilft dir, was bringt dich weiter und wie erreichst du Ergebnisse. Die Ergebnisse sind da wirklich im Vordergrund und darum geht es, wie du erfolgreich wirst. So, du siehst, mit uns zusammenzuarbeiten lohnt sich für dich in jedem Fall. Entsprechend wird es sich auch für dich lohnen, die nächsten Videos wieder einzuschalten und wenn du sagst, hey, das hat mir gefallen, das war ganz witzig, da mal einen Einblick zu bekommen, dann gib mir einen Daumen nach oben zu diesem Video oder abonniere den Kanal, damit du auch von den Wissensbeiträgen nichts mehr verpasst. Ich freue mich auf das nächste Mal. Bis dahin, dein Sascha.